Moin, ich wollte eigentlich nur mal kurz fragen, ob jemand für mich eine Adventure-Mick hätte, weil ich dummerweise keine habe. Allerdings, das ist übrigens Gwine, er möchte dann gegebenenfalls mitmachen, weil ich habe keine mehr. Ja, ich brauche allerdings eine, weil ich Lust aufs Spielen habe und ja, wer eine hat, soll mich bitte anschreiben, also wer es den auch senden möchte. Bitte jetzt nicht unbedingt die, die jetzt von jedem Schwein in das Feld werden, sondern am besten schon, welche, die ihr irgendwann mal entworfen hattet für einen Kumpel oder so und die jetzt in euren Ordnern versauern, sodass ich sie dann halt spielen und gegebenenfalls auch nehmen kann. Ja, falls ihr welche habt, schreibt es nicht an, so lange soll das Video jetzt nicht werden. Juh, man hört sich. Bald geht es ja weiter mit dem neuen Headset. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschö!